Die scheinbar verriegelt. Oh Gott, Junge. Oh, da ist ein Schatten. Serviert das? Okay, da ist noch ein Schatten. Was war das denn? Sie bereit zurückzugehen. Was? Mach das mal aus hier. Ich soll zurückgehen, oder wie? Oh, ne, da ist nicht. Die ist zu. Ja, komm, dann gehen wir mal zurück. Wird schon nichts passieren. Wir sind ja noch im Horrorspiel. Hallo. Hallo. Da ist ein Loch in der Decke. Vielleicht steht da wieder irgendein Code drin. Der sah voll anders aus. Sieht aus wie so ein Office oder so. Hier ist so ein komischer Käfig. Okay, eine Filmrolle wieder. Oder sowas. Passiert aber nichts. Oder muss ich es öfter drehen? Ne, ne? Da passiert nichts. Oh, ne. Eine Puppe wieder. Bank. Ist das ein Banküberfall? Hat er eine Waffe in der Hand? Das ist ja klasse. Da gehe ich direkt mal hin. Oh, er ist weg. Oh, er ist weg. Das ist kein gutes Zeichen. Das heißt, er läuft rum. Und springt uns gleich an. Hier steht aber Bank. Hallo. Zum Rennen. Oh, ne. Ich muss rennen. Oh, nein. Warum muss ich rennen? Oh, Gott. Wieso muss ich rennen? Da hab ich ja drauf gewartet. Da hab ich ja drauf gewartet. Ähm. Ähm. Hallo? Muss ich überhaupt rennen? Ich muss doch gar nicht rennen, oder? Wieso stand das da grad? Oh, Mann. Es ist abgefuckt. Wie komm ich hier raus? Werde ich verfolgt? Ah. Oh, was ist das denn? Okay. Ich glaube jetzt geht das. Oh, was ist das denn? Jetzt geht es wieder runter? Jetzt bin ich wieder am Anfang, oder? Hä? Was muss ich denn machen? Da lang? Was passiert hier? Jetzt bin ich wieder am Anfang. Das muss irgendwo hin. Ich weiß nicht. Wo? Oh. Oh, da ist diese Lichter. Da bin ich vergegen. Oh, Gott. Wie soll das denn gehen? Wenigstens so folgt uns nichts. Also, indirekt schon, aber... Okay. Okay. Wir sind durch. Muss ich immer noch rennen? Ne, ne? Ich weiß, du hast es getan. Du hast sie getötet. Die Wahrheit ist... Es war sie, mich zu töten. Komm. Ah, ich kann aber durchlaufen. Einfach jetzt. Scheinbar. Hä? Wo sind die Lichter? Okay, ich gehe einfach mal weiter. Hier geht es nicht weiter. Ähm... Ah, ne, da war ich schon. Ähm... Weil da muss ich hier auch irgendeinen Hebel umlegen? Ne. Was ist das denn hier? 10, 80, 40. Das müssen wir uns garantiert merken, ne? Für irgendeine Rätsel. Aber hier geht es nicht weiter. Ich gehe nochmal zurück. Vielleicht muss ich den Hebel umlegen. Ah, das habe ich bestimmt vergessen, ne? Den Hebel umzulegen. Ne. Doch. So. Und jetzt da. So. Okay. Jetzt können wir weiter hier. Oh, ja. Natürlich. Natürlich. Ein Loch. Ein Loch in der Wand. Da gehe ich jetzt durch. Ist ja klar. Wenn wir jetzt in einem Horrorspiel wären, würde ich es nicht machen. Aber so... So ein bisschen Outlast 2-Feeling irgendwie gerade. Also ich habe es nie gespielt, aber ich habe es bei Krog gesehen. So. Hier geht es auch weiter. Was ist das denn? 10, 80, 40. Nochmal. Scheint wichtig zu sein. Das ist der Dressort. Wir sind wirklich in der Bank scheinbar, ne? Vielleicht brauchen wir erst den Zahlencode. So. Ist schon offen. Ah, da ist der Dressort. 10, 80, 40. Wieso werden die schon so offensichtlich verraten? 80. Oder muss ich irgendwas anders machen? War falsch. Ah, ne. Warte mal. 10. 80. 40. Okay. Ich habe diese Pfeile in die Richtung nicht beachtet. Was ist das denn? Eine Muschel? Ja. Was ist dieses Welt? Mein kleiner Bruder. Mhm. Okay. Na dann. Warte mal, was denn hier passiert jetzt wieder? Ja. Ist übrigens immer noch schwarz-weiß, ne? Ah, jetzt nicht mehr. Oh, das sieht schön aus hier. Mensch. Ich sneak die ganze Zeit irgendwie aus Versehen. So. Also wenn ich Steuerung drücke. So. Ah, das sind wir wieder. Im altbekannten Schiff. So. Da ist ein Klavier. Ne, ist kein Klavier. Ich sehe schon Klaviere, wo keine sind. Was soll das hier? Habe ich auch aufgehoben. Ich frage mich, was wir das alles brauchen. Wir haben hier schon recht viele Sachen im Moment. Kann man es irgendwie sehen? Mit I? Ne. Scheinbar nicht. So. Was haben wir da? Mr. Hardy ist sein Quartiermeister und da ist etwas sehr wichtiges. Der Kapitän schimpft manchmal mit Mr. Hardy, aber nur weil ihm seine Crew wichtig ist. In Wahrheit. Abgerissen. Okay. Ja du. Keine Ahnung, ne? Was liegt denn da auf dem Boden? So. Ah ja. Ne Tierdoku. Ja das ist entspannt. Die können wir anlassen. Ne lass sie ruhig mal an. Warte mal, was passiert da genau? Da. Äh. Das machen wir mal aus. Oh da ist eine Tür. Geht es hier auch weiter? Ne. Oh das ist echt die Lösung. Aus Versehen. Aus Versehen richtig gemacht. Digga das Griff wird immer schlechter. Ne jetzt ist es wieder farbig. Ah hier ein paar Fliegen. Ist auch ein gutes Zeichen. Definitiv. So. Ein bisschen abgefuckte Musik zwischendurch. Okay. So. Da ist auch zu. Oh ne. Ähm. Wo geht es denn weiter? Dadurch können wir ja wohl nicht. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Wir müssen ja wieder zurück. War das falsch? Hm. Ich stelle mir was anderes ein. Aber ich glaube das geht nicht. Ne. Nö. Das muss eigentlich so richtig sein. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Wie kommen wir da weiter. Kann ich hier irgendwas machen. Da durch die Tür müssen wir wahrscheinlich durch. Und wir kommen aber nur hier hin. Ach da geht's weiter, oh.